Bambi und die Rehirschverwirrung Das ist das Original-Bambi. Original-Bambi ist eigentlich eine Figur aus einem 1922 erschienenen Roman von, muss ich nachlesen, äh, Felix Salten aus Österreich. Der war Jäger und Autor und hat die Geschichte von Bambi tatsächlich erfunden. Verfilmt wurde, ist die dann 1942 von Walt Disney und, ja, das ist letztendlich an ein paar Verwirrungen, ich will nicht sagen Schuld, aber vielleicht mit Bestandteil des Grundes für ein paar Verwirrungen, die seitdem in der Popkultur, wenn man das so nennen möchte, Einzug gehalten haben. Darum Bambi und die Rehirschverwirrung. Ja, das Original, die Originalgeschichte von Bambi ist auch keinesfalls ein Kinderbuch, sondern mehr so eine Parabel, eine, ein Roman erst mal, aber der einen irgendwie letztendlich so vom Grundinhalt erstens ein bisschen was zum Tier erzählen möchte, zweitens die interessante Geschichte, beziehungsweise die interessante Idee aufmacht, wie die Tiere uns eigentlich sehen, uns als Jäger, uns als Mensch, je nachdem, und drittens dann eben auch diese Befreiung darüber hinaus letztendlich auch mit einem religiösen Motiv thematisiert. Soll heißen, die Geschichte beginnt damit, dass Bambi in Frieden aufwächst und behütet von seiner Mutter und lernt, die Welt ist gut, dann werden die ersten Rehe vom bösen Jäger erschossen. Bambi lernt, die Welt ist doch nicht so gut, wenn es gibt diesen Jäger, diese Gewalt, die man gar nicht zuordnen kann, vor der man sich nicht richtig verstecken und nicht richtig beschützen kann, plötzlich macht es Peng und irgendein Tier ist tot, was durchaus ein interessanter Aspekt der Jagd ist, weil Tiere wahrscheinlich den menschlichen Jäger wirklich so wahrnehmen, dass es plötzlich Peng macht und dann ist irgendein Kollege tot, ohne dass da der Feind überhaupt sichtbar gewesen wäre. Das wird übrigens dann sehr gut von Walt Disney später im Film unterstrichen, dass man da nie einen Menschen zu sehen bekommt. Die Jäger werden nur durch Töne bzw. durch Schüsse dargestellt und plötzlich liegt da einfach ein totes Reh. Das ist von daher aus Sicht der Tiere durchaus sehr schlau dargestellt und so ähnlich wird das auch im Buch thematisiert, mit dem Unterschied, dass da dann später, ja, der halbweise Bambi, der von seinem Vater dann aufgezogen wird, mit seinem Vater, nachdem er auf Bambi geschossen wurde und er sich wieder erholt hat und so weiter und so weiter, sie auf einen toten Jäger treffen, der da im Walde rumliegt. Man weiß nicht genau warum. Und Bambi dann doch auch klar wird, nachdem er bisher den Jäger als übermenschliche, fast schon göttliche Kreatur wahrgenommen hat, mit der man sich nicht anlegen kann, die zu den Naturgewalten zählt und von der man nur Ehrfurcht und Angst letztendlich haben kann. Sehen Sie jetzt, dass auch ein Jäger, der da jetzt gerade liegt, durchaus auch ein sterbliches Wesen ist und dass es dann wohl noch was Größeres über dem Jäger geben muss und man doch nicht so viel Angst vor dem Jäger haben müsste. Und das Größere über dem Jäger, das ist jetzt halt eben dieser religiöse Bezug, der da auch mit drin ist. Und nachdem Bambi das begriffen hat, endet mehr oder weniger die Geschichte. Bambis Vater legt sich hin zum Sterben, der ist schon sehr, sehr alt, sterbt dann an Altersschwäche. Bambi ist der neue Oberrehbock im Wald und bringt seinen Kindern wahrscheinlich dasselbe bei und dann setzt sich das Ganze so ein bisschen fort. Bambi 2 habe ich nie gelesen, Bambi 1 tatsächlich aber schon einmal. So, so weit, so gut. Die Geschichte hat dann aber scheinbar Disney gefallen. Inwiefern die die Rechte daran erworben haben oder nicht, weiß ich gar nicht, da das Ganze veröffentlicht wurde während des Krieges. Kann man sich da alles Mögliche dazu denken? Und jetzt ist eine mögliche Erklärung, dass es eben während des Krieges in die Kinos kam, 1942, dass man gar nicht erst so ein österreichisches Tier, beziehungsweise deutsches Tier, als Bambi verwenden wollte, sondern lieber ein Tier, das die Amerikaner auch kennen. Das ist allein schon aus Marketinggründen eine gute Idee. und hat statt Reh aus Bambi auf einmal einen Weißwedelhirsch gemacht. Und das wiederum ist jetzt einer der Gründe für die sogenannte Bambi-Rehirsch-Verwirrung. Denn das hier ist ein ausgewachsener Weißwedelhirsch, der eben Bambi im Film ist. Ich darf euch keinerlei Aufnahmen vom Film Bambi zeigen. Das ist alles urheberrechtlich geschüsst. Da habe ich nichts gefunden, was man verwenden dürfte. Aber im Original wäre das so einer hier. Der wird, naja, sehr, sehr breites Spektrum, da ein komplett Nordamerika, fast komplett Nordamerika, vorkommt. Gibt es den in sehr unterschiedlichen Größen. Die nördlichen Exemplare sind deutlich größer als die südlichen Exemplare. Es gibt auch welche auf der Insel, die tatsächlich nur so ungefähr Rehgröße erreichen. Auf verschiedenen Inseln bei Florida, irgendwie so in diese Richtung, müssen die, glaube ich, zu Hause sein. Aber die meisten, die man so kennt als Amerikaner, werden so gerne mal 80 Kilo, 80 bis 100 Kilo als Hirsch schwer und sind damit schon ein respektables Tier, wenn jetzt auch nicht furchtbar Ehrfurcht einflößend. Und sind tatsächlich aber der kleinere Hirsch. Das heißt, dieses Motiv, ein eher kleines Tier für Bambi auszuwählen, das nicht das größte Tier weit und breit ist, das hat Disney beibehalten. Denn hier sehen wir nochmal unseren Rehbock. Was hat der so gewichtstechnisch? Also der in Deutschland ungefähr 25 Kilo. Mehr hat der gar nicht. Das weiß kaum jemand. Ich mache häufig eine Umfrage auf Touren. Mal kurz nachgefragt, wie schwer so ein Reh, wenn nicht ein Jäger anwesend ist. Dann weiß meistens keiner so genau, wie schwer so ein Reh eigentlich wird. Und es wird fast immer überschätzt. 50 Kilo, 60 Kilo, 80 Kilo, 100 Kilo. Hat man alle schon gehört. Ist auch gar nicht schlimm. Wir sind da wirklich kulturell irgendwie auf die falsche Bahn gebracht worden, dass man unser Reh nicht mehr richtig einschätzen kann. 25 Kilo. Wenn es ein ganz, ganz, ganz großes Riesenreh ist, der stärkste Rehbock weit und breit, dann hat er vielleicht mal 30, 35 Kilo. Der größte, den ich jemals bewiesenermaßen in der Literatur gefunden habe, war ein 37 Kilo Exemplar. Vielleicht mag es noch mal einen größeren gegeben haben irgendwo. Aber das ist dann wirklich das höchste der Gefühle so langsam. Zurück zum Weißwedelhirsch. Hier sehen wir ein weibliches Exemplar mit Nachwuchs. Und der Nachwuchs, auch wenn das keine gute Aufnahme ist, eine bessere habe ich leider nicht gefunden, urheberrechtstechnisch. Da sieht man doch, der hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Zeichentrick Bambi. Und das ist eben kein Zufall, weil Zeichentrick Bambi ist eben genau dieses Tier. Ein Weißwedelhirsch Kalb, wohlgemerkt. Hirsch Kalb ist immer das Kind vom jeweilig dazugehörigen Hirsch. Der Hirsch ist immer der Mann. Und das Weiblein nennt man entweder Hirschkuh oder Tier, je nachdem, ob man die Jägersprache oder normale Sprache verwenden möchte. Und ja, also das ist jedenfalls der Rest der Rotquatsch, der Weißwedelhirschfamilie. Und die kommen eben so auch in Disneys Bambi vor, weshalb wir immer denken, das Sein müssten Rehe sein. Oder viele Leute von uns denken, das müssten Hirsche sein. Und Bambi ist eigentlich ein Hirsch. Und dann kommt es dann wieder zu, was er ja bei Walt Disney auch ist. Und das sind ja auch Hirsche, die wir hier jetzt sehen. Aber dann kommt es zu einer großen Verwechslung mit unserem heimischen Hirsch. Das ist nämlich folgender. Der da. Und das ist ein Cervus elaphus, gehört zu den tatsächlich größeren Hirscharten auf dem Planeten. Und ein sehr mächtiges Tier, tatsächlich unser größtes, wenn man jetzt das Wisentwe außen vor lässt und davon ausgeht, dass der Elch doch nicht ganz so heimisch bei uns jemals wieder werden wird. Jedenfalls nicht so richtig. Dann ist das unser größtes heimisches Landsäugetier mit 250 Kilo. Das kann der locker mal erreichen. Es gibt auch einzelne Exemplare, die angeblich noch mal eine ganze Ecke schwerer gewesen sind. Also ein erheblich größerer Hirsch, auch von der Geweihentwicklung her, potenzielle Geweihentwicklung her, noch mal sehr viel beeindruckender, als das, was ein Weißwedelhirsch zu erbringen imstande ist. Und da das irgendwie zu Verwirrung gefühlt hat, in der Bevölkerung gehen viele Leute scheinbar davon aus, dass das Reh, nachdem dieser Hirsch ja viel eher wie ein Hirsch, den man kennt, also wie ein Bambi-Hirsch aussieht, wohl das Kind oder wahlweise die Frau, von dem da sein müsste. Also das glauben erstaunlich viele Leute in der Bevölkerung, das Reh ist die Frau vom Hirsch. So. Ein weibliches Reh sieht folgendermaßen aus, nämlich hier als Rudel unterwegs, rechts ist übrigens auch noch mal einer mit Geweih auf dem Kopf, das ist ein jüngerer Bock, der noch bei den Weibchen unterwegs ist, aber eigentlich da nicht mehr allzu viel zu suchen hat, ist auch wurscht jedenfalls, das sind üblicherweise weibliche Rehlein. Man kann sich auch anhand der Gestrüpp nebendran des Hochsitzes im Hintergrund ungefähr vorstellen, wie groß die sind. So ein weibliches Reh, erweicht schon mal durchaus, eine Nasenspitze bis Schwanzende, viel Schwanz haben sie ja nicht, Länge von einem Meter, also so ein ganz kleines Tier ist das auch nicht, aber halt sehr, sehr zierlich. Die dünnen Beinchen, die wiegen nichts, der Kopf ist nicht besonders schwer, der Hals ist nicht besonders schwer, lediglich der Rumpf ist eigentlich das, was primär das Gewicht dieses Tieres ausmacht und der ist auch zum großen Teil hohl, weil da jede Menge Pansen im Reh steckt und im Pansen ist, ja wenn er gefüllt ist, natürlich Heu drin, beziehungsweise Grünzeug drin, beziehungsweise was das Reh halt gefressen hat, aber insgesamt kommt da einfach nicht viel Masse bei diesen kleinen, agilen und durchaus flinkenden Tieren zusammen. Ja und das ist jetzt keinesfalls das Weiblein vom Rotwild, weil wenn das Rotwild versuchen würde, auf denen da eben aufzureiten, zu Paarungszwecken, dann werden die schlicht und ergreifend kaputt, weil die haben so 15 Kilo und wenn dann ein 250 Kilo Hirsch, wie soll das funktionieren? Ja, das ist klar. Eine Hirschkuh vom Rotwild sieht folgendermaßen aus, ja und der Fernishalver muss man da schon zweimal hingucken, aber allein an der schieren Größe, die haben also locker auch 150 Kilo oder sowas und nicht 20 oder 15, daran kann man es ganz gut erkennen, außerdem haben die deutlich kleinere Ohren im Verhältnis zum Kopf, haben eine andere Körperhaltung und eine ganz andere Schnauze, was man jetzt allerdings von der Seite gar nicht so gut sehen kann, insgesamt auch einen längeren Kopf, das ist schon ein anderes Tier, definitiv, ja und da kann man sich dann schon eher vorstellen, dass dies aushalten, dass der Hirsch dann sich mit denen paart, als das bei einem weiblichen Reh der Fall ist, das ist völlig Banane. So, dann haben wir hier jetzt noch das Kalb vom Hirsch, also einen jungen Hirsch sozusagen, ein Kind vom Hirsch und da muss man jetzt der Fairness halber zugeben, da kann ich ein kleines bisschen die nationale Verwirrung nachvollziehen, weil das hat jetzt vom Gesicht her schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Rehbock, ich blende euch zu diesem Zweck nochmal den Rehbock gleich ein, es ist auch noch gepunktet und ja vielleicht soll das ja doch irgendwie Bambi sein und das könnte jetzt ein Reh sein und damit ist das Reh also vielleicht nicht die Frau vom Hirsch, aber das Kind vom Hirsch, das ist ein Reh, ist das ein Reh? Hm, könnte sein, ne? Ja, möglicherweise. Ja, aber dann ist wieder unklar, was jetzt das hier gleich nochmal für ein Tier ist, was ja wirklich vom Gesicht her eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Hirschkalb wiederum hat und tatsächlich ist das jetzt aber ein völlig ausgewachsenes Reh. So, wer sich jetzt also nicht sehr gut mit unseren heimischen Wildtieren auskennt, ist jetzt möglicherweise verwirrt und nochmal, das ist eine Volkskrankheit, wenn man so möchte. Ja, dass man also Reh und Hirsch nicht auseinanderhalten kann, häufig denkt, das sei einem dieselbe Tierart, beziehungsweise Reh ist einfach das Kind vom Hirsch, wahlweise die Frau vom Hirsch und davon abgesehen, Bambi ist ja ein Hirsch und nicht etwa ein Reh und dann, wenn, selbst wenn Bambi plötzlich auf einmal zum Hirsch ernannt wurde, dann ist es halt auch noch ein Weißwedelhirsch und den gibt es bei uns gar nicht, den suchen wir dann vielleicht allerdings im Wald, finden ihn nicht und sind davon dann auch schon wieder verwirrt. So, und um eben jetzt mit dieser ganzen Bambi-Rehirsch-Verwirrung ein kleines Pisschen aufzuräumen, dachte ich, ich bringe jetzt nochmal schnell den Stammbaum der Hirsche und dann gucken wir uns das mal ganz in Ruhe an. So, und dafür, bevor ich jetzt hier dazu näher eingehe, erstmal eine kleine Geschichte. Vielleicht habt ihr schon mal was vom Paarhufer gehört. Paarhufer wurde in der klassischen Taxonomie der Säugetiere immer die Tiere genannt, die einen paarigen Huf haben. Zum Beispiel ein Schwein, ein Reh, eine Kuh, eine Ziege, sowas in diese Richtung. Während es noch die Unpaarhufer gab, als Gegenstück dieser Gruppe, zum Beispiel ein Pferd oder ein Esel, die haben auch einen Huf, aber immer nur einen. Also sind nicht auf zwei Zehen unterwegs, sondern letztendlich nur auf einer Zehe, wobei man sich da streiten kann, inwiefern das nicht mehrere zusammengewachsene Zehen sind, aber völlig Wurst. Jedenfalls, das ist die klassische Einteilung. Allerdings gab es in letzter Zeit dann kleine Veränderungen und neuere Erkenntnisse aus der genetischen Forschung, dass man Verwandtschaftsgrade jetzt besser erforschen kann, weil man eben die Gene heranziehen kann, weshalb der Begriff Paarhufer verschwunden ist, jedenfalls in der offiziellen Taxonomie. Und man hat stattdessen Cetatiodactyla eingeführt. Also das ist der Begriff hier oben links. Ich versuche es nochmal. Cetatiodactyla. So in etwa. Ich benutze den viel zu selten, deswegen kriege ich ihn nicht flüssig ausgesprochen. Und in dieser neuen, in Anführungszeichen, Paarhufergruppe, mit großen Anführungszeichen, gibt es jetzt folgende Unterteilung. Die gucken wir uns auch gleich noch näher an. Nämlich haben wir zunächst mal als einzelstehende Gruppe die Schwielensohler. Was sind denn denn bitteschön Schwielensohler? Naja, das sind Paarhufer, die schwielen, beziehungsweise weiche Sohlen haben und gar nicht richtig einen Huf. Sie laufen zwar auf zwei Zehen rum, aber eben diese hornige Ausprägung, die einen Huf ausmacht, die fehlt. Was für ein Tier könnte das sein? Ich verrate es. Das Kamel beispielsweise. Wer schon mal so einen Kamelfuß gesehen hat, das ist zwar ein Paarhufer, aber es ist halt eben kein Huf, sondern die haben so eine ledrige Sohle und nicht wie alle anderen Huftiere, sondern ausgeprägten Hornhuf. Deswegen wird da erstmal unterschieden. So, damit ist nichts näher verwandt, beziehungsweise die stehen für sich allein. Alle anderen zweigen also ab. Und bei der nächsten Unterteilung müssen wir jetzt unterteilen in die Schweineartigen. Was könnte das sein? Nein, Schwein. Ganz einfach. Das Wildschwein vor allen Dingen, Suscrofa, so die Stammart der Schweineartigen, die sich hier abspaltet, die sich vollkommen anders ernährt und eine ganz andere Lebensweise fristet als die anderen, die sich da abgezweigt haben und daher eben als nicht näher verwandt mit zum Beispiel Hirschen oder dem Reh, als andere bei uns rumschwimmende, springende und neben dem Wildschwein existierende Arten nicht näher verwandt damit ist. Aber auch ein Schwein hat einen paarigen Huf und daher gehört es unzweifelhaft zu den Paarhufern. So, und dann gibt es die Zetrumina, und dann Zia, böses Wort, die dann eben nochmal unterteilt werden in die Wiederkäuer und früher hat man noch gesagt, die Nicht-Wiederkäuer und früher, ebenfalls früher, war bei den Nicht-Wiederkäuern, inzwischen habt ihr dann wahrscheinlich schon entdeckt, lediglich das Flusspferd anwesend. Also das Hippo, bekanntermaßen. Interessanterweise führen jetzt eben die neuesten Forschungsergebnisse im genetischen Bereich dazu, dass der nächste Verwandte der Wale tatsächlich das Flusspferd ist, beziehungsweise der nächste Verwandte vom Flusspferd, die Wale, die gehören also zu den letztendlich quasi Paarhufern, obwohl sie weder einen Huf noch zwei gepaarten Huf in irgendeiner Form haben, aber von irgendwas müssen die sich ja abstammend entwickelt haben und tatsächlich muss es also was Ausgestorbenes gegeben haben, dass irgendeine Vorstufe zwischen Flusspferd und Wal dargestellt hat und dessen Nachkommen sich dann einerseits zum Flusspferd und andererseits tatsächlich zum Wal oder einem Delfin, ich weiß nicht, wo es evolutionär mit den Walen angefangen hat, sich entwickelt haben. Also das ist ganz spannend und wirklich sehr, sehr aktuell. Wenn ihr das also noch irgendwie anders kennt, dann ist überhaupt keine Schande, das kann man nicht wissen, wenn man sich damit nicht regelmäßig auseinandersetzt. Auch für mich war das jetzt nicht mehr ganz neu, aber ich habe mich auch noch nicht dran gewöhnt. Gut, und dann sind wir jetzt noch bei den Wiederkäuern, hier ungefähr in der Bildmitte. Da gibt es zwei Sorten, nämlich einmal die Stirnwaffenträger und das Hirschwerkel. Das Hirschwerkel ist tatsächlich auch nur ein und ein einziges, soweit ich weiß, gibt es da nur ein einziges Hirschwerkel auf der Welt. Das ist ein ganz lustiges Deal, könnt ihr mal googeln, tut aber nicht viel zur Sache. Stirnwaffenträger sind jedenfalls alle, die auf dem Kopf irgendwas haben, mit dem man andere Leute pieken könnte und da wird jetzt noch mal unterschieden. Und zwar, hier noch mal ein bisschen schöner aufgedröselt, wir sind wieder oben bei den Cetatiodactyla, die schweineartigen Zweigen ab, in Unterschieden in Nabelschweine und echte Schweine. Nabelschweine könnte es übrigens zum Beispiel auf Panama geben. Nur mal so als Beispiel. Dann kommen eben die Weichsohlentiere, die Kamele, die Flusspferde, die Wale, die da jeweils abzweigen und bei den Ruminatanschweinen, hier ist es nahe, Wiederkäuer. Also ihr seht, ich verwende diese Begriffe auch selten. Also Wiederkäuer halt und da eben das Hirschwerkel und dann die Pecora, die Stirnwaffenträger, die da abzweigen. So und die sind jetzt noch mal zu unterteilen. Da machen wir auch weiter. In die Antilopen, das sind die obersten, die Giraffenartigen. Ja, Giraffen haben auch Hörner, das vergisst man schnell mal. Die sind winzig im Vergleich zu diesem riesigen Tier, aber die haben Hörner auf dem Kopf und zwar auf der Stirn. Sind also ganz klar Stirnwaffenträger. Und dann wiederum zweigen ab die Zervide, also die Hirsche, die Moshide, die Moschustiere, da gehört ganz lustiges Tier dazu, da muss ich auch kurz ein Bild einblenden beziehungsweise mache ich gleich. Und die Bouvide, die Hornträger. Letztere sind Schafziege, Moschusochse, sowas. Moschusochse hat interessanterweise nichts mit dem Moschustier zu tun, ist also ein Hornträger und nicht etwa ein Moschustier, also ein Moschide. Ja, dazu ganz kurz zum Moschustier. Das ist wirklich zum Brüllen dieses Vieh. Ja, man könnte es auch als Säbelzahn-Reh bezeichnen. Das ist kein Witz, das hat sich niemand ausgedacht, das existiert so wirklich. Das ist das sibirische Moschustier und ja, ist tatsächlich ein Reh, das zum Imponieren, also ein rehartiges Tier, ja jetzt optisch, das zum Imponieren eben kein Geweih auf dem Kopf hat, sondern stattdessen lange Zähne im Maul und ja, hat so ein bisschen was von Dracula in Flauschig. Gibt es wirklich? Ja, also das ist echt kein Witz, auch wenn mir das manchmal manche Leute echt nicht glauben. So, zurück zum Stammbaum. Ja, und der ist jetzt ein bisschen komplizierter, nicht verwirren lassen. Wir fangen oben links an, die innere Systematik, Zervide nach Heckenberg, da oben links, diese erste Unterzweitung, das sind die Zervide, die unterteilt werden in eben die Zervinea und die Zepre-Dingsda-Bumsta, also das untere Teil, ja. Und die oberen, die oberen, das sind die echten Hirsche, deswegen diese beiden Begriffe, die ich nicht aussprechen kann. Ja, der obere davon sind die echten Hirsche, der untere darunter, die würde man übersetzen mit Trughirsche. Ja, so. Und jetzt kommen wir mal zur Verwandtschaft innerhalb der Hirschtiere. Die echten Hirsche, das ist die mittlere Tabelle sozusagen, da kreuzt zunächst mal der Mundjack-Hirsch ab, also die Mundjack-Hirsche, die nach da unten verschwinden, die brauchen für uns nicht weiter wichtig sein. Und dann kommen die Zervinii, das sind die klassischen Hirsche, wie wir sie kennen. Und da finden wir in Rot Zervus und unterm Zervus finden wir Elaphus und das ist unserer. Der Zervus Elaphus ist unser Rothirsch, unser größter heimischer Paar-Hufer zumindest mal, also ein Riesenvieh. So, und nachdem wir den gefunden haben, suchen wir mal noch unsere anderen potenziellen Bambi-Kandidaten. und gucken uns hier den untersten Stammbaum an, ja. Also die Capreoline und der erste, der dann nach unten abzweigt und dann in roter Schrift Capreolinii und der obere nach der zweiten Abzweigung, der Capreolus, das ist das Reh. Das Reh ist Capreolus, Capreolus und da ist es verortet. Es ist also ein sehr, sehr ursprünglicher, auch schon evolutionär gesehen, sehr alter Vertreter der sogenannten Trughirsche. Ja, der Begriff Trughirsch klingt so abwertend, das liegt einfach am alten Jägertum, dass man eben in die edlen Hirsche da oben und in die, ja nur Trughirsche, die gar kein richtig edler Hirsch sind, unterschieden hat. Das ist also durch einfach die Historie begründet. Das ist natürlich völliger Blödsinn, da in gute oder schlechte Arten zu unterteilen, das wollen wir auch nicht mehr tun, aber einfach die Begriffe hat man so übernommen, weil die seit Ewigkeiten so bestehen. Übrigens, die nächste Abzweigung, bei den Alceini und Alces, wisst ihr, was das ist? Das ist der Elch. Also der Elch ist ein nahe Verwandter des Rehs, witzigerweise. Die andere rezente Hirschart, die am nächsten am Elch dran ist, unser Reh. Das ist umso lustiger, weil der eine wird fast eine Tonne schwer und das andere Vieh hat 35 Kilo. Trotzdem sind die nah miteinander verwandt, haben auch eine ähnliche Lebensweise. Ja, eine ähnliche Ernährungsweise, Lebensweise würde zu weit gehen, aber ja, das ist ein ganz spannendes Detail. Rangifereni mit Rangifer, das ist das Rentier, also die nächste Abteilung und dann kommen ganz viele Sachen, die es bei uns im Grunde gar nicht gibt, aber jetzt müssen wir noch den Weißwedelhirsch finden. Das ist nämlich die vorletzte Verzweigung, Odokoleinia oder so ähnlich und da finden wir den Odokoileus in roter Schrift und das ist die Gattung des Weißwedelhirschs, wo er meines Wissens aber auch der einzige Vertreter drin ist, wüsste jedenfalls nicht, dass es da noch mehr gäbe und da haben wir ihn dann gefunden. Das ist also Disneys Bambi, da ganz hinten in der Verzweigung anzuordnen, der Original Bambi ganz vorne in der Verzweigung und links Capriolus Capriolus da einzutreffen. Und beide mögliche Bambi-Tiere sind recht weit entfernt, verwandt bloß mit dem Rothirsch, der ja hierzulande auch gerne mal als Bambi interpretiert wird, den Servus Elaphus, den wir in dem oberen Stammbaum erst überhaupt nur finden können. So, was davon solltet ihr euch jetzt merken? Naja, das sind drei völlig unterschiedliche Tiere und haben nichts miteinander zu tun. Der eine ist nicht die Frau vom anderen und schon gar nicht das Kalb vom anderen und so weiter und an all dem ist letztendlich Bambi schuld. So, so viel also zur Bambi Rehhirsch Verwirrung. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen aufschlussreich und ein bisschen interessant, denn an der Stelle wären wir damit auch durch. Ich bedanke mich und bis morgen.